Für die Union gilt schon immer, dass der Westbalkan eine Beitrittsperspektive für die Europäische Union haben muss. Das ist ganz in unserem Interesse. Aber eins ist auch klar, Beginn von Gesprächen bedeutet nicht gleich Eintritt in die Europäische Union. So ein Prozess dauert etwa 15 Jahre und wir diskutieren im Moment, ob wir beispielsweise mit Mazedonien oder Albanien solche Gespräche beginnen. Allerdings müssen vorher noch einige Hausaufgaben in den Ländern erledigt werden. Hier gilt es beispielsweise in Albanien, das Thema Weddingprozess, Rechtsstaatlichkeit, Wahlreform tatsächlich auf eine gute Bahn zu bringen. Wenn das erledigt ist, sind wir der Meinung, dass ein entsprechender Beitrittsprozess begonnen werden kann. Nochmal dauert mindestens 15 Jahre.